So, nächste Folge, wir gehen hier runter. Entweder locken wir die da jetzt rein, aber wir brauchen ja keine Munitionsspanen eigentlich, ne? Warum mag ich die auch nicht mitnehmen? Und dann werden die nämlich richtig schön, wenn wir die nicht eigentlich schon locken. Ja. Bleibst du liegen oder stehst du wieder auf? Okay, du stehst wieder auf, cool. Da, 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 da. Ähm. Oh Okay, wir kommen da so nicht dran Ich muss nachladen Und jetzt Okay, so ist der schon mal Auf hier Auf, stumm Hol den Forschnack, komm mal Dann gehen wir mal hier raus Schalalala Ja, genau Die können wir natürlich Logischerweise noch nicht platt machen Wir machen auch noch nicht den Strom an Ich hab da irgendwo Rohrbombe, ne? Ja Die haben uns Ein Denkmal gebaut Und hier Ich weiß nicht, ich hab irgendwie voll den Ohrwurm gerade Ich hab grad irgendwie Was auf ne Gay-Pause gemacht War dann den TikTok drin Und dann, ja Den Rest kann man sich dann denken Scheiße, hier fehlt das Zahnrad Das Zahnrad ist aber irgendwo Ah, warte So, Kurbel? Nein Ohne Kurbel? Kurbel? Kugel? Wann hab ich die denn aufgenommen? Dann ist eigentlich die Egal Ich hab mich nicht gerade diese Kurbel aufgenommen? Das war auch hier drin, oder? So Mich ist vollkommen blöd Oh, ne, die nehmen wir nicht Nein, hier ist das Ding Okay Hier ist das Ding, okay Ja, wir sind da zu sein so okay habe ich jetzt nicht so mit gerechnet wir haben die zahnrad ja genau jetzt kann man den Strom anstellen Großes Zahnrad, ja. War das nicht gut? Dachtest du? Dachte ich jetzt aber nicht so. Ja, ich dachte das auch. Ich habe mich gerade vertan. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Mhm. Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe! Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Okay. Oh schön. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Storken vertögen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt! Okay. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan! Krankes Arschloch! Ich will den nur schon mal beiseite schaffen. Umso weniger Probleme haben wir gleich. Ich kann nur diese Welt schaffen. Ich könnte nur Probleme aus der Welt schaffen! Oh, wie schön. Ah, hallo. Ah, komm. War das wirkungsvoll? Nein, jetzt. Das war wirkungsvoll. Dann müssen wir erstmal die Gänge hier frei machen. Hm? Hm. 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 Halt voll das Labyrinth, ne? So, wir sind von da gekommen. Wir müssen nach oben. Hm. 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 Wir sind manchmal echt glücklich zu treffen, die Viecher. Hm. 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 Ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Ein Labyrinth. Ein Labyrinth ist das. So, hier dürfte keiner mehr rumkruseln. Ah, genau. Wir können hier, glaube ich. Schauen wir mal hier. Schauen wir mal hier. Schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Sehr schön. So. Ah. Geld. Ne. Von da sind wir mal gekommen. Ah. Jetzt sind wir in diesem Labyrinth drin. Toll. Ja. 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 Nein. Okay. Doch. Wir müssen hier landen. Weiß absolut. Okay. Da ist die Treppe nach oben. Ja. Tim de de de. Tim. Tum de de. Oh. 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 Oh, oh. 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 Ja, das ist halt maximal dumm, ne? So, einmal nachladen, Ipen. Ipen, nachladen. Nachladen, Ipen. Komm. Ich habe das hier. Ich habe das hier. Ich tue erstmal vernünftig nachladen, weil mit einem Magazin noch ein bisschen schrägen. Ja, oder einer Kugel. Cool, läuft. Perfekt. So, jetzt kommen wir da durch, ne? So, können wir hier was machen? Ja, ach, brauchen wir nicht. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich kann mal nachladen, bitte. Ja, jetzt bin wir auch hier durch. Oh, dass ich mir nicht springen kann, ne? Das passt mich ein bisschen an. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder zum Duke kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, jetzt nehme ich mal eben... Oh, ich fliege. Hier. Hopp! Kurzschluss. Okay. Für die ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz gut die. Okay, wir haben es geschossen. Du wieder? Einmal aufmachen! Kommst du hier nicht rein, hör auf damit. So, perfekt. Oh Gott. Gar nicht gerechnet jetzt mit dem... Wie gesagt, schon länger her, wo ich gespielt habe. So. Aufladen. Willkommen, willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken. Ja, warte mal. So. Oh, ja. So, Ankauf. Ich habe einiges hier. So. 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 Weg. Weg. Auch weg. Mechanisches Teil behalten wir noch. Ich habe gerade auch gestoppt. Kann ich vergrößern, den Kopf mal nochmal. Eine interessante Wahl. Nehmen wir auch nochmal mit. Das nehmen wir auch nochmal mit. Ja. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Gerne. Noch etwas? Ah, schon gut. Das war's. Dann können wir alles aufpassen. Oh, scheiße. Okay. Wobei die Schottgang ja auch noch nicht komplett ist, oder? Doch, die ist komplett. Die ist komplett. Ja, schönen Tag. Einmal speichern. Und wir können weitermachen. Oh, ich mag dieses Setting hier in der Fabrik aber auch, ne? So. So. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. Im Ehe ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Ja. Und deine Familie sind mir sowas von egal. Ich habe auch vor, sie zufällig. Geh hier mal, ne? Tschüss. Interessieren sich gar nicht für mich. Bäh. Spinnenweben. Wobei, über eins bin ich ja echt froh, ne? Dass es hier keine Spinnen gibt. Oder irgendwie spinnenartige Viecher. Das sind so Dinge, die... Die braucht man einfach nicht. Habe ich, ich müsste doch eigentlich noch was von den Geschossen haben, weil ich brauche die nicht jetzt nicht. Ah, ja, ich weiß, wo wir sind. Okay, alles klar. Oh, nein, das wollte ich nicht. Äh, zwei. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich weiß nicht, dass ich beide zusammen da fühle. Oh, Mann. Perfekt. Beim ersten Durchlauf habe ich an den beiden echt gestruggelt, ey. Hoho, leck mir. Leggo mir. So, wir müssen die Dinger hier kaputt schießen, ne? Hm. So, jetzt machen wir mal alles kaputt hier. Tut mir leid, Herr Heisenberg. Aber das muss leider sein. Ich bleib mal eben nach. Ist so heiß gelaufen, ne? So, jetzt können wir zumindest hier durch. Brauchen wir eigentlich nicht. Alles nur Platzverschwendung, ja. dann gehen wir mal hier mit kohle schon ekelig okay wir haben karte der fabrik nur auch ne ja scheiße jetzt kommt da bitte lüft ins kanal wir müssen wir müssen reaktionen zeigen okay sehr gut okay sehr gut okay 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 Gibt in dieser Fabrik eigentlich mal eine Inspektion oder so? Muss ich hier nicht irgendwie was drehen? Ja. Ja gut. Sehr schön. Doch, kein Aufzug, wie schön. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Hahaha, armer Ethan. Du bist der einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Versuch's doch. Ja. Das war reines Witzen jetzt gewesen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Weil ich glaube, in der nächsten Folge haben wir einen komischen Ventilator. Richtig. Da müssen wir gegen Thomas kämpfen. So. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sage Ärger noch in den nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.